Hey ho, Freund! Du wirst nicht gefilmt. Ciao, Nina. Tschüss. I love you. Ciao. Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit dem zweiten Video mit Schweinchen. Ich weiß, ihr seht Schweinchen nicht. Ihr denkt euch, wo ist er? Er ist da hinten. Und zwar da hinten. Da ist er. So, er wartet hier schon auf mich. Ich stehe jetzt. Okay, nein. Heute sind wir mal hier in einem Video, um einen Frenzkalender für mich auszusuchen. Ich habe es heute nochmal versucht, aber der Akku war leer. So, darf ich dich hier kurz abstellen, Mann? Danke. Ich hoffe, es sieht den, der sieht cool aus. Den, der sieht auch ganz okay aus. Den, das sieht auch cool aus. Und das sind halt die gleich. Alter, aber den finde ich halt nicht cool. Entweder den oder den. Ich nehme den. Okay, aber Schweinchen muss halt auch entscheiden. Hey Schweinchen, ich finde nur zwei cool. Welche würdest du denn nehmen? Hier, ein von den beiden. Er redet auch heute nicht, weil es ihm peinlich ist, auf YouTube zu reden. Weil, weil er gefilmt wird in vielen Umgebungen jetzt. Sonst wäre er nur im Bett gefilmt im letzten Video. Okay, dann gehen wir mal in mein Zimmer und nehmen den mit. Ich muss. Mama? Ja? Darfst du gefilmt werden auf YouTube? Ist es okay, wenn du auf dem Video bist? Nein. Okay, dann verdecke ich dich, wenn man dich sehen kann eigentlich. Denn ich möchte, dass du mir bitte hilfst, den Adventskalender aufzuhängen. Ja, nein. Blackscreen, Leute, Blackscreen. Ich muss mal mit meinem Nabel oder was. Das wäre besser. Okay, Entschuldigung. Alles gut. Tschüss. Ich nehme den schon mal mit in mein Zimmer, ne? Und mache die Folie ab. Oh, dieser blöde Hund. Warte. Und Mama? Mama, ich habe mich für den entschieden. Oh, der ist schön. Das ist mal nicht im Kalender. Dich sieht man nicht. Man sieht nur die Hinterseite vom Kalender. Und ein bisschen Blackscreen. Deswegen nehme ich den jetzt auch. Tschüss. Ist es okay, wenn ich den nehme und nicht du? Ja, natürlich. Oh, danke. Geil, Ehre. Ich setze mir jetzt eine Maske auf, damit ihr mein Gesicht nicht seht. Weil ich jetzt in Kürze, weil ich jetzt in Kürze die Kamera wechseln werde. Ich nehme einfach die Clowns-Maske. Ich nehme einfach die Clowns-Maske. Man fällt mir nicht ein. Oder nur eine andere Maske, die ihr nicht kennt. Ich bin... Denn ich bin... Okay, Leute, ich weiß, es ist blöd, dass hier jetzt Blackscreen ist. Ich muss nämlich kurz auf Toilette. Ich muss kurz auf Toilette. Wartet auf mich. Ihr müsst nicht nur schwarzen Bildschirm sehen. Ihr könnt auch. Okay, doch, leider müsst ihr. Ich muss nicht auf Toilette. Ciao, Leute. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin wieder da. Hat ein bisschen lang gedauert. Aber ich werde jetzt meine Maske aufsetzen. Oh nee, dafür sieht man meine Augen noch schlimmer, ey. Ich nehme einfach die Vane-Maske. Die ist am coolsten. Damit man mein Gesicht natürlich nicht sieht. Schweinchen, geh auf den Schreibtisch. Ohne, ich bin mir doch gegangen. Ohne, Leute, hier bin ich. immer wieder von allen aussieht wir werden jetzt mal auspacken es ist so anstrengend als armes kind immer die maske auch wieder anhaben muss dann das so Oh, war mir dieser Maffee. Ist ein bisschen warm, ey. Echt. Ist echt schwer, Leute. Ach. Was gibt's? Eu. Eu. Leute. Ich mach erst das nächste Video. Morgen kommt erst mal das nächste Video. Ne, ich mach später noch mal ein Video. Wenn ich es endlich aufbekommen habe, okay? Ach, das regt mich ein bisschen auf. Echt. weiter